Kamera läuft. Okay. Jan, wir müssen arbeiten. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von uns. Wir wollen heute mit Jan Wendel sprechen und euch ein bisschen zeigen, warum Sportmission cool ist und warum es sich lohnt, bei SRS zu arbeiten. Jan, dann meine erste Frage, wie bist du eigentlich zu SRS gekommen? Ich bin durch meine zwei Leidenschaften im Snowboarden und im Klettern dazu gekommen und habe da ehrenamtlich schon in den ehrenamtlichen Teams von SRS mitgearbeitet. Ja, und so bin ich zu SRS gekommen. Ja, voll cool. Und was machst du jetzt bei uns? Ich bin der Teammanager bei SRS. Also ich bin für das Personal zuständig, vor allem das Personal, unsere Mitarbeiter zu fördern und auch herauszufordern. Das ist meine alltägliche Aufgabe bei SRS. Klingt nach spannenden Aufgaben, die du da hast. Super. Was begeistert dich denn so an Sportmissionen und warum brauchen wir das? Also ich glaube, wir merken einfach, Menschen lieben den Sport. Ja, der Sport ist in der Gesellschaft voll verankert und ich glaube, wenn wir eine geistliche Veränderung auch in Deutschland haben möchten, dann brauchen wir die Sportmission, ganz klar. Wenn sich jetzt einer von unseren Zuschauern dafür begeistern lässt, was du auch gerade zu Sportmissionen gesagt hast, was hat er denn hier bei uns für Möglichkeiten? Wen brauchen wir? Also wir brauchen Unterstützung in vielen Bereichen, aber aktuell haben wir Stellenausschreibungen ausgeschrieben, auch bei uns auf der Homepage, im Bereich der Verwaltung, im Bereich der Gemeinde und auch im Actionsport. Und da kann man sich die Stellenbeschreibung auf jeden Fall mal anschauen. Aber auch sonst brauchen wir Unterstützung, hier vor Ort bei uns im SRS Sportpark oder im Kinder- und im Jugendsport. Also da kann man sich auch gerne mal eine Initiativbewerbung raushauen dafür. Das ist gar kein Problem. Ja, toll. Das heißt, man kann auch mit neuen Ideen mal an uns herankommen. Absolut, genau. Und dann überlegen wir, hey, wie kann vielleicht eine Idee, die man hat, bei uns umgesetzt werden. Ja, cool. Jan, vielen Dank für das Gespräch, dass du die Zeit hast. Sehr gerne. Cool, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen begeistern konnten mit Sportmissionen. Wenn ihr Lust habt mitzumachen bei uns, ob als Ehrenamtlicher oder in einem Job, dann meldet euch. Ihr findet hier weitere Informationen. Wir freuen uns auf jeden Kontakt. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.